Elisabeth, ich hoffe, wir begegnen uns persönlich. Sie ist jung und klug, selbstbewusst. Maria ist unser Feind. Sie hat Anspruch auf euren Traum. Ihr fordert die Beseitigung meiner Königsschwester. Spielt ihn nicht in die Hände. Ich weiß, ihr seid großherziger. Wenn ihr mich ermordet, ermordet ihr eure Schwester. Und ihr ermordet eure Königin. Mary Queen of Scots im Kino Thanks.